Hi und herzlich willkommen zurück zu What's Hot. Das neue Jahr steht vor der Tür und wenn ihr noch auf der Suche nach Produkten seid, die euch mit dem Feuerwerk um die Wette strahlen lassen, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wie im Metro schon erwähnt, neigt sich das Jahr dem Ende zu und wie könnten wir das neue Jahr besser willkommen heißen als mit ganz vielen tollen, schimmernden und glitzernden Make-up-Produkten. Ich habe richtig tolle Brands für euch dabei, beispielsweise Kevin O'Croix, It Cosmetics oder auch Jeffree Star und ich würde sagen, ich rede gar nicht so lange um den heißen Brei rum und zeige euch direkt das erste Produkt. Für einen strahlenschönen Ton an Silvester sorgt auch unser erstes Produkt und zwar kommt das heute von Kevin O'Croix und das ist eben die Kaleidochrome All Over Highlighter Palette. Und zwar handelt es sich hierbei um eine ganz tolle Highlighter Palette, die quasi Glow neu definiert und das liegt eben vor allem an den vier Shades, die ihr hier drin seht. Ihr seht schon, das ist eine schöne Varianz an Highlighter Tönen, die schmeicheln jedem Hautton und haben eben auch dieses multidimensionale Finish, das heißt die jongieren in der Farbe so ein bisschen und passen sich so eben jedem Hautton an. Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn ihr keine Lust habt auf einen normalen und langweiligen Highlighter, könnt ihr damit quasi nochmal die Kirsche on top auf euer Augenmake-up oder auf euren ganzen Silvesterlook setzen und deswegen ist das ein absoluter Beauty-Favorit für den Rutsch ins neue Jahr. Unser nächster Highlighter sollte sowieso bei jedem von euch bereits ein Beauty-Staple sein, darf aber natürlich auch an Silvester auf gar keinen Fall fehlen und zwar ist das das Highlighting Powder aus der Douglas Collection. Ich bin bereits ein riesengroßer Fan von diesem Highlighter, aber bevor ich euch verrate, warum, möchte ich einmal mit euch auf das Packaging eingehen. Ihr habt eben hier dieses super sleeke und hochwertige Packaging, was quasi dem Inhalt die Bühne überlässt zu strahlen und darauf kommen wir direkt zurück. Wir öffnen den Highlighter und sehen direkt diese tolle Prägung, das hat eben einen permutfarbenen Schimmer, sieht super schön aus, aber auch die Formulierung kann natürlich punkten, denn es ist ein super pudriger und cremiger Highlighter zugleich, der lässt sich super einfach auftragen, verschmulzt direkt mit der Haut und hinterlässt diesen tollen permutfarbenen Glanz und ist ein absolutes Favorite-Produkt für jeden Silvesterlook. Natürlich habe ich noch eine Alternative für euch dabei, wenn ihr nicht so gerne pudrige Produkte verwendet, sondern eben lieber auf flüssige Highlighter setzt und zwar kommt unser heutiges Produkt von Jeffree Star Cosmetics und das ist der Liquid Frost Highlighter. Wer sich auf YouTube herumtreibt, wird um Jeffree Star nicht herumgekommen sein und der hat auch seine eigene Kosmetiklinie, nämlich Jeffree Star Cosmetics und da ist eben dieser wunderschöne Highlighter ein Teil des Sortiments, hierbei handelt es sich um einen flüssigen Highlighter, das heißt, ihr könnt wirklich gucken, wie stark ihr den aufbauen möchtet, ihr könnt den eben ganz dezent auftragen für einen leichten Glow oder ihn auch in mehreren Schichten auftragen, um eben richtig toll zu schimmern. Deswegen ist der auf jeden Fall mal einen Blick für Silvester wert. Natürlich gehört der perfekte Silvesterglow nicht nur auf euren Ton, sondern auch in euer Augenmakeup und da habe ich heute eine ganz tolle Palette von Revolution für euch. Die Produkte von Revolution überzeugen vor allem durch ihre hohe Pigmentierung und die starke Deckkraft und das kann ich nur bestätigen und wenn ihr euch die Palette anschaut, dann werdet ihr wissen, warum ich die für Silvester ausgesucht habe, denn hier habt ihr eben ganz viele tolle hochpigmentierte Farben, ihr seht schon die glitzern alle wunderschön und da findet jeder seine perfekten Nuancen für Silvester, damit könnt ihr eben super schöne glitzerige Looks kreieren und ich kann mir vorstellen, dass dann euer Augenmakeup wirklich mit dem Feuer weg um die Wette strahlt. Um das Ganze abzurunden, habe ich euch heute noch einen Nagellack mitgebracht, damit nicht nur euer Ton und euer Augenmakeup richtig schön funkelt, sondern eben auch eure Nägel und zwar kommt er heute von Jimmy Choo. Ich weiß gar nicht, was ich schöner finde, den Nagellack oder das Packaging. Ich gehe einfach mal auf das Packaging zuerst ein, denn das ist quasi der Eyecatcher von dem ganzen Nagellack. Ihr seht schon, das kommt in diesem Signature Jimmy Choo Look. Wenn ihr den Lippenstift schon mal gesehen habt, dann werdet ihr sehen, dass es quasi in der gleichen Packaging-Familie liegt und einfach super hochwertig aussieht, aber auch der Inhalt kann sich sehen lassen. Ihr seht schon, da sind diese wunderschönen Glitzerpartikel drin, die eben so ein bisschen im Licht changieren und miteinander um die Wette funkeln. Ich habe das Ganze auch schon drauf und da reichen wirklich ein bis zwei Schichten und eure Nägel funkeln einfach wunderschön im Licht. Ich kann mir vorstellen, dass das jeden Silvesterlook abrundet und vor allem, dass der Nagellack auch nach Silvester noch wunderschön auf dem Schminktisch aussieht, weil ich meine, das ist einfach ein Kunstwerk in einer Nagellackflasche. Und wer sich das eben nicht entgehen lassen möchte, sollte sich den auf jeden Fall vor Silvester nochmal schnappen. So, das waren jetzt alle Produkte. Ich hoffe wie immer, dass sie euch gefallen haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Produkt euch am besten gefallen hat. Ihr könnt dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat und natürlich unseren Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!